Grüß euch! In dieser Folge der Power to the People Aha-Momente erklärt uns unser originelles Becker-Original, Becker Peter Lechner Jr. Ihr kennt ihn aus der Folge 46, quasi der Advanced-Teil zum Sauerteig. Beim letzten Aha-Moment hat er uns quasi die Sauerteig-Basics mitgegeben. Heute gehen wir noch eine Stufe tiefer ins Detail. Und ja, möge auch dieses Mal der Sauerteig Aha-Moment mit euch sein. Servus und Grüß euch zu einer neuen Folge Bäcker to the People. Ich bin der Peter Lechner von der Bäckerei Lechner und ich erkläre euch alles rund um den Bäckerberuf, unsere Rohstoffe und die Produkte, die wir machen, sozusagen das kleine Einmaleins des Bäckerseins. Heute in Part 2 vom Sauerteig erkläre ich, warum wir eigentlich das Ganze machen. In der vorigen Episode habe ich euch erklärt, wie einfach bzw. wie schwierig das ist, einen Sauerteig anzusetzen, je nachdem ob ich eine einfache Führung mache oder eine recht langwierige Führung. Das Ganze, warum wir eigentlich das machen, hat eigentlich nur mit dem Roggen zu tun. Und da schauen wir uns im Prinzip an, wo der Unterschied zwischen Roggen, Weizen und anderen Getreidesorten ist. Beim Weizen als Musterbeispiel habe ich einfach das Prolamin und das Glutelin als Fraktion, die wir in Weizenkleber bilden. Das, was man halt kennt als Gluten. Das sind in dem Fall Glutelin und Glutenin. Die zwei binden zusammen und haben ein super schönes Gerüst dann im Teig. Das ist halt dann so, dass beim Backen wird es dann noch fester bzw. wird auch schon im Teig noch ein Knetenschef fester oder beim Backen noch fester. Das Wasser verdampft im Gepäckstück, hebt das ganze Klebergerüst an und so habe ich natürlich eine natürliche Lockerung da drinnen im Gepäck und das Semmel ist schon luftig und fluffig. Natürlich ist da Hefe auch noch drinnen und es gibt noch andere Möglichkeiten, dass ich ein Gepäckstück hebe und luftig mache, aber im Prinzip eigentlich nur zum Weizenkleber, weil um das geht es jetzt auch. Beim Roggen habe ich nicht Glutelin und Glutenin drinnen, sondern Sezalin und Sezalinin. Würde im Prinzip gleich funktionieren, aber da habe ich natürlich noch den Hund in der ganzen Geschichte und das sind Schleimstoffe. In dem Fall sind das die Pentosahne. Das sind Hemicellulosen und die sind auch wasserbindend und die hauen sich vor bzw. zwischen das Gerüst rein, binden das Wasser, aber haben jetzt nicht so die Fähigkeit wie der Gluten, dass man das dadurch hebt, sondern es wird einfach nur gatschig. Das ist jetzt nicht so das Problem zum Beispiel beim Weizen, weil da habe ich etwa 2% drinnen. Das merkt man nicht arg, aber schon ein bisschen. Beim Roggen ist es aber so, da habe ich oft das Vierfache drinnen an Pentosahne und das macht dann natürlich den großen Unterschied aus. Es sind natürlich alles Naturprodukte. Ich kann natürlich ganz eine schlechte Saison haben, dass der Weizen schlecht wächst. Er bildet an sich viel weniger Kleber, viel mehr Pentosahne. Dann ist es auch schwieriger, aber in der Regel erreicht der Weizen nicht so ein schwieriges Level an Pentosahne wiedererogen. So ist es in der Regel nicht notwendig, dass ich einen Weizen versäuern muss. Weil da kommt nämlich jetzt der Sauerenspiel. Der Sauer ist so deswegen drinnen, weil die Pentosahne nicht säurebeständig sind. Gebe ich da ein bisschen eine Säure rein, krocht das im Prinzip dazu und verhindert das, dass die Pentosahne das Wasser binden und der Kleber kann normal weiterarbeiten. Das Problem ist aber auch, dass die Säure genauso den Kleber angreift. Jetzt würde natürlich viel zu viel Säure machen, würde ich natürlich alles zusammenschlagen und ich habe den selben Gatsch, wie wenn ich es gar nicht versäuert hätte. Jetzt baue ich natürlich ein gutes Mittelmaß, dass ich sage, so viel Prozent Säureteig, damit das schön passt. Gibt es immer dann noch Diskussionen darüber, ob ich jetzt sage, ich würde das technisch prozessweise einwandfrei machen, dass ich sage, die Maschine, die muss unendlich reiner, irrelevant, wie das Produkt am Schluss schmeckt. Oder ich sage, es geht mir prima um den Geschmack und für mich ist es okay, dass ich mir ein bisschen schwerer bin beim Arbeiten oder dass der Teig klumpiger ist oder fester. Es ist halt ein Naturprodukt, also mal fester, mal wärmer, ist halt einmal so. Das ganze Thema habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht bei anderen Getreidesorten, wie zum Beispiel Hafer, Gerste, weil da zum Beispiel viel zu wenig Kleber an sich drinnen ist. Bei der Hirse habe ich zum Beispiel gar keinen Vertreter vom Glutelin. Da habe ich zum Beispiel nur drinnen Kaffirin, aber halt das nur als Prolamin und ohne Glutelin funktioniert halt der Kleber nicht so. Deswegen habe ich diese Probleme bei Hafer, Gerste, Mais, Hirse überhaupt nicht, weil ich da schon von Haus aus weiß, da funktioniert das nicht so. Und deswegen ist zum Beispiel auch reines Gerstenbrot einfach nur, ich sage ein flacher Hund, weil einfach da gar keine schöne Lockerung an sich funktioniert. Und das ist im Prinzip der ganze Grund, warum ich das versäuern muss. Das, was beim Sauer an sich noch mitspielt, ist wie in einem Hersteller. Je wärmer, was er steht und lagert, desto mehr Milchsäure macht er. Dann wird es eher sanfter, das Brot. Milder. Das ist so rund um 30 Grad. 31, 34, sowas. Ist der Teig zum Beispiel rund um 20 Grad gelagert, so 21, 26 Grad, dann wird er schärfer. Dann habe ich so einen stechenden Geschmack drinnen. Das muss man halt austarieren. Ich will nicht zu viel Essigsäure und ich will nicht zu viel Milchsäure. Je fester was der Tag ist, desto mehr Essigsäure habe ich drinnen. Und umgekehrt halt mit der Milchsäure. Da sage ich aber auch wieder, es gibt einen technischen Optimalwert, wo ich sage, okay, lebensmittelchemisch gesehen ist das das Optimum, dann ist der Tag am besten und halt auch wieder die Geschmacksseiten. Für mich ist persönlich immer der Geschmack das, was entscheidet. Schmecken muss man, es bringt nichts. Wenn das Brot technisch gesehen einwandfrei, tippidoppi ist und dann schmeckt es einfach noch nichts. Aber das bleibt immer an jedem selber überlassen. Und das ist eigentlich das große und komplizierte Thema über den Sauerteig. Das geht natürlich noch viel, viel, viel komplizierter, wenn man es zulegen will. Aber das ist eigentlich, warum wir beim Roggen so ein großes Augenmerk auf dem Sauerteig haben, weil es einfach notwendig ist, weil es nicht anders geht, weil wir einfach so viel Roggen bei uns produzieren. Das, was halt Hand in Hand geht mit der ganzen Sauerteig-Geschichte, ist halt einfach eine Zeit. Ich gebe dem Brot und den Ansatz-Sauer und den Grundsauer und den Vollsauer immer Zeit. Jetzt können sich natürlich Aromastoffe bilden, die ganze Stärke kann sich abbauen und, und, und. Das ist natürlich für das Produkt super, weil das halt Zeit zum Leben und zum Arbeiten hat. Was ich natürlich nicht habe, wenn ich einfach nur auf schnell, schnell, schnell Teig produzieren will. Und das ist einfach der große Unterschied zwischen einem kleinen Picker und der großen Industrie. Die können zwar dasselbe gute Brot machen wie ich, aber haben nicht die Möglichkeit, dem Produkt so viel Zeit zu geben wie ich, weil einfach Anlagen irrsinnig groß sein müssen und Lagerräume da sein müssen, um so viel Sauerte und so viel Gepäck einfach auf Zeiten zu stellen und dem drei Tage Zeit zu geben. Das kann ich natürlich in der kleinen Boxstum viel leichter, weil natürlich 30 Kilo Brotteig für mich viel leichter lagerfähig sind, als für eine Industrie, die was am Tag Tonnen an 10 Mal macht. Und das ist der große Unterschied. So, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Backer to the People. Wenn euch die Folge gefällt hat, dann gibt es eine Bewertung an, teilt es euch, sagt es, hey, das ist 5 Sterne, das ist super, das ist 10 von 10 von Gipfel. Wenn ihr euch ein Feedback geben wollt, schreibt es eine E-Mail an Willi und die Bianca, ruft es an, schreibt es ein Fax, schickt es einen Brief da oben, was auch immer. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, sagt es euch an. Gerne nehme ich mir die Zeit und rede noch über ein Thema von euch, wenn euch irgendwas interessiert. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach hören und dann hoffe ich, dass wir sie beim nächsten Mal wiederhören. Jo, das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet euren Aha-Moment. Wenn ihr Bauer to the People unterstützen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf unserer Website www.bauer-to-the-people.de. Dort findet ihr die Möglichkeit, uns mit kleineren und größeren Beträgen auch finanziell unter die Arme zu greifen. Wenn ihr Bauer to the People anwärtig unterstützen wollt, dann liken, und teilen auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen. Je mehr wir erreichen, desto größer unser Impact. Danke und gefühlt euch.